Hallo und guten Morgen von Asunción. Gestern Abend habe ich ein Video von hier aus gemacht und es war so ziemlich dunkel. Man konnte halt nur Lichter sehen. Ich wollte halt den Fluss Paraguay auch von hier oben sehen. Deshalb bin ich jetzt am Morgen nach dem Frühstück hierher gekommen, um noch ein kurzes Video zu machen. Also das ist Asunción von oben, vom 19. Stock. Und ja, es ist halt so wie Asunción ist. Also die Dächer sind nicht so schön und so. Aber ja, für mich wäre nichts ein Leben in der Großstadt, egal welche Stadt in der Welt. Aber so eine Stadt zu sehen, finde ich nicht so schlecht. Also nochmal eine kleine Tour von oben. Also der Fluss Paraguay, da kann man entlang schön spazieren gehen. Und da ist auch eine Promenade. Ich glaube, da habe ich schon Videos von dort gemacht. Ich werde mich bald wieder melden mit anderen Videos. Danke fürs Zuschauen und für Abonnieren des Kanals.